ich will das definieren ich messe das mal fix raus auch froder aus dem rückraum kann aber auch wieder festgefahren sein der typ ja halt das mal kurz im auge ich schnitt jemand das mal auf den rückraum ich geh mal ganz kurz als komm da rein schau mal selber nochmal die sind leer außer dem rückraum ja naja alles nicht leer aber vorsichtig Fahrzeug der kommt jetzt hier eingefahrene offroad oder ja ich seh schon mal reinspringen und weiterfahren ne warte warte versuchen aufzuhalten beziehungsweise lass ihn durchfahren geh rüber auf der anderen Seite ja adler ja ja adler ich komm positiv komm ja klar verstanden komm Walfender ist einfach weggepurzelt ist einfach weggepurzelt mit dem teleskop also das ist ein und derselbe Schütze in der Halle und der geht immer raus und rein jetzt steht er wieder drin aktuell jetzt kann ich auch erstmal mitschauen und positiv ja und er geht ab und zu da vorne zum Haupteingang da steht so ein Fass an einem TPZ da war er vorhin mhm ich bin müde ich schlaf mal gute Nacht gute Nacht denkst du? ja denk ich ja wir haben ja aber zu wenig vor Ort Wolf ja klacken ja Wolf komm ja Adler die von ihnen aufgeklärten SPZ sind auf jeden Fall defekt nicht mehr einsatzbereit komm defekte SPZ zu verstanden komm ah ok du hast doch ne gute Position oder? ja ich kann hier nicht so gut auflegen jetzt hab ich ne gute Position gefunden ich bin noch zwei Meter hinter mhm muss ich auch gleich nochmal machen äh ich sehe Verbündete wow warum steht da jetzt auf warte mal ich brauche mal kurz Taschentuch ach ach ich könnte die durchs Gras stapfen ne mit einem Minendetektor in der Hand hallo meinst du die? ja wo die meine ich die jetzt gerade raus aus dem Feld sind mhm haben wir jetzt in unsere Richtung gelaufen ja warte mal warte mal warte mal ne warte mal 817 Meter 817 Meter 817 817 schreibs den extra nochmal hin warte mal hin schatz funke ja 717 was macht denn der Wind hier Wind still kann das rein? weg kannst du das Gewehr schon mal einstellen auf die 817? hab ich schon ok hat Mühe da also im Zweifel kannst du den ausschalten ne? also könntest du ja hast du auch was nein du hast aber Sicht auf ihn und so ne? passt ja ja einstellungen passen oder ich könnte ja mal meine Airtracks auch mal drauf einstellen was haben wir denn was ist da für Munition jetzt? äh Temperatur von 6,4 Adler hier wie hieß es ja Adler komm melde erreichen jetzt IT Alpha Julia ist noch vor Ort ist er ja Adler so verstanden äh wir richten Landezone ein ich melde sie ihnen dann können sie auf Karte schon mal angucken Lima Sulu Bravo ich melde ihnen wenn Landezone gesichert kommt Adler hier Westbekommen äh so verstanden Adler Ende ist das ne Veranstaltung? ja Adler komm äh haben Schüsse äh Richtung Nordwesten aufgenommen da wo Gepp hat es kommen das 5,9? ja 5,9 ja Adler so verstanden hier haben wir selber ein Funkgericht sogar 2 dann können sie es melden komm so verstanden wir bleiben erstmal in unserer Position Westbeänder ja Adler hier Geppert komm ich hab 5,7 ja Adler komm ah Schüsse kamen von uns haben eine bewaffnete Person in einem Haus ausgeschaltet komm ja ich hab genau auf 8,17 gerade eingeschaut Frage hat die Person ob sie das Feuer eröffnet kommen aber ich hab hier noch Direction ist das egal äh negativ stellt da links eine Bedrohung da komm ja Adler auf euer Status gelb ist ihm bekannt komm ha positiv komm ja Adler so verstanden Adler Ende ich schau nochmal diesen Neigungswinkel an auch das ist ja der Neigungswinkel an für die Person und dann Ja, kannst du mit einkalkulieren. Minus 8 passt. 5,65 habe ich aktuell in der Einstellung. Also machen wir so auf 5,7. Wiesel, hier Adler, komm. Hier Wiesel hört, komm. Hier Adler meldet Landezone Limasulu, Bravo eingerichtet. Anflug aus Richtung Nord direkt. Landung auf Straße, komm. Hier Wiesel, so verstanden. Landezone Limasulu, Bravo eingerichtet. Anflug aus Nord. Ja, Adler so positiv. Talkon über 45,5, das mache ich selber. Eigene Kräfte im Umkreis, keine Feindkontakte, soweit bekannt. Dann Rückflug wieder über Alpha. B2B, komm. So verstanden. Talkon über 45,5 mit Adler. Rückflug über IT-Alpha. Äh, ja. Ja, Adler so positiv. Beginnen Sie mit Anflug, Adler. Ja, Adler so positiv. Beginnen Sie mit Anflug, Adler. Ja. Ähm, wenn du mal guckst, da hinten ist ja diese Halle, ne? Ja. So, und da in Richtung Straße, also Haupteingang, da siehst du ja so drei verschiedene kleine Hütchen. Und in der Hütte in der Mitte, dahinter, da standen zwei Personen, habe ich vorhin aufgeklärt. Hinter den drei Hütten? Ne, hinter der mittleren Hütte. Hinter der mittleren Hütte. Hinter der Haupthalle. Ja? Seht ja jetzt aktuell wie so'n, keine Ahnung, wie so'n Rucksack, sieht das aus wie so'n Bräutelchen. Aber, keine Ahnung, was das sein soll. Genau. Helikopter? Äh, Frage, haben wir... Läuft einer bewaffnet, äh, raus? Helikopter bündet Richtung Nord. Es ist, ne, warte mal, es ist nicht der von hinten. Nein, nein, da hinten ist immer noch da. Helikopter, Anflug auf, äh, Limansu. Es ist definitiv zweimann bewaffnet. Ja, komm. Ah, G-Pass auf, verstanden, Ende. Adler, hier, Wolf, kommen. Hier, Adler, komm. Schrottplatz, aktuell aufgeschreckt, wahrscheinlich durch Helikopter, dadurch jetzt aufgeklärt, mindestens zwei Mann bewaffnet. Hier, Adler, auf Schrottplatz, zwei Mann bewaffnet, aufgeschreckt durch Helikopter, komm. Positiv, mindestens zwei Mann, äh, auf die wir aktuell Sicht haben, komm. Ja, hier, bist du verstanden, äh, ich geb das weiter an, Wespe, Adländer. Wester, hier, Adler, visual. Wester, hier, Adler, auf Schrottplatz, äh, nordöstlich von ihnen, bei zerstörten SPZs, ähm, zwei Mann aufgeschreckt, Fandlin, Fandre, komm. Ja, positiv, habe sie gerade angefunkt, um in die Meldung aufzunehmen, komm. Ja, hoch, hoch, hoch. Hat gerade noch mal angeguckt. Geht's nicht mehr. Da zappelt mir ein bisschen viel. Ja, ja, drei Mann, drei Mann, mittleres Hellchen, da... Ja, positiv, positiv, Sichtkontakt, drei Mann. Adler, Wolf, komm, komm. Ja, Adler, komm. Noch in Gier, drei Mann, aktuell, Wolf, Ende. Wespe, ja, Adler, komm. Müdigkeiten. Hier, West, willkommen. Ja, Adler, Wolf, mit drei Infanteristen, bei Schrottplatz, komm. So verstanden, Wolf, mit drei Infanteristen beim Schrottplatz, komm. Ja, also positiv, Schrottplatz, komm. So verstanden, weiter vorrücken Richtung Zielgebiet, äh, gegebenenfalls Flanken nutzen mit beiden Gruppen, Frage, meinen Sie, Gepard, komm. Ja, Adler, positiv, komm. So verstanden, ich werde mich mit Gepard in Verbindung setzen und, äh, werden dann weiter vorrücken, komm. So verstanden, ja. Kannst du dich hier auch zu schräg auflegen, hier in dem Busch? Hätte man zumindest eine gute Ausgangsposition. Naja, hier kann ich gar nicht gut auflegen, da muss ich echt in die Hocke gehen. Ich mein, da wo ich jetzt grad lieg, hier. Warte? Wenn du so schräg zum, zum Berg, geht das? Naja, hab ich sehr geringes Wirkungsbereichsfeld hier. Ja, machen wir nur Overwatch, ich will noch nicht halt so offen liegen. Also, ich glaube, da muss ich gleich mal bemerken und alles mit Überbriefen und Decken und Machen. Was sind Sie denn aktuell... Ach, wo sind sie denn, was sind... Ach, die stehen immer noch da. Das ist die Klappe, ich weiß nicht, was man sich nicht mehr bei mir sonst handeln Das ist die Klappe, ich weiß nicht. Wieso ringen die nicht vor? Check mal ganz kurz, bei der Gabelung rechtsseits, da kann ein Stein sein, weiß ich nicht, aber da ist sicher... Ja, ich hab auch schon gerade geguckt gehabt, das ist ein Stein. Ja. Sah echt aus wie eine Telamine. Ja, hab ich schon so gerade gedacht. Oh, Blackhawk gesichtet. Komm mal auf Kader markieren. Oh, warte mal, ähm, Kontakt, Richtung. 1, 9, 8, bewaffnet, 2 Mann, 3 Mann. Richtiger Bühel? Äh... Check, check. Adler, Wespe, Quatsch, hier Wolf, komm. Ja, Adler, komm. Aus dem Süden, aktuell mindestens 3 bis 4 Infanteristen, bewaffnet, aufgeklärt, nähern sich rückwärtigen Raum, langsam Richtung Wespe und Gepard. Dort sind aktuell noch, äh, südlich dieser, keine Ahnung, Felsformation, komm. Ja, Adler, ich kann keine Felsformation aufklären. Außerhalb des markierten Bereichs mit 2 Österreichs Flächen, komm. Beschuss, Beschuss. Warten Sie, wir stehen noch im Beschuss. Zurück, 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 Blue. Wespe und Gepard hier, Adler. Ja, ja. Nehmen Sie Kontakt zu Beschuss auf, unterdrücken Sie, äh, waaah, Mann, äh, feindliche Kräfte, komm. Oh, 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 irgendwo hier im Nahbereich, gleich hier oben. Ich bin getroffen auf jeden Fall. Blue? Blue? Aha. Blue, warte, geht gleich los. Achtung, die sind irgendwo direkt oberhalb von uns. Ja, im Zweifel. Achtung, Kontakt, Nahbereich, rück, rückwärtiger Raum. Ein Mann ausgeschalten, lade, ich blute immer noch. Ich auch. Ja, ich habe auch einen Ton. Ja, ich habe auch einen Ton. Ja, ich habe auch einen Ton. Eigene Kräfte im Anflug aus Richtung Nord, Adler. Wollt ihr ganz kurz verbinden? Einige Kräfte, Helikopter, Adler. Ja, ich habe auch einen Ton. Ich fahre die ganze Zeit aus, die ganze Zeit. Ja, sag mir, wo sie sind. Ich habe mich aktuell verbunden. Sie sind irgendwo oberhalb von uns. Warte, lass uns einsmogen. Achtung, erstmal, Granate raus. Wer ist hier, Adler, komm. Ich bin immer noch getroffen, warte, ich smoke. Ja, Adler, Frage, Verletz dabei, äh, Lima, Zulu, Rauka. Wir müssen uns schnellstmöglich zurückziehen. Ja, ich habe viel auf der Munde aktuell. Ja, ich auch. Die Verletzte ist bei Lima, Bravo, Zulu, Rauka. Ich sehe nichts, scheiße. Ja, ich lasse verstanden. Äh, drei, vierer bis, äh, Rauka. Blue noch da? Ja, ne. Ah, fuck. Ah, Blue, warte, warte, warte. Alter, du blitzt auch überall, hä? Backe. Ähm, alles wird gut, Blue. Blutet zwar auch noch, aber... Boah, fuck, ey. Schön, dass der Rauch hier eigentlich gar keinen Sinn hat. Ähm, pppppppppppppppppppppppppppppp. Ich mach erstmal Tonico dran. Ah, es wird gut. Schön die Ruhe. So, Torso geblutet. Och, du Scheiße, hast ja alles abgekommen hier. Ja, du lebst noch, alles gut. So, jetzt blute ich aber auch noch. Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Wo kommen denn die her? Ach! Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Ich hoffe, ich habe noch so viel Zeug für dich mit, ey. Ich hoffe, ich verblute nicht in der Zeit, ey. Ich hab mich so arm aus. Was ist denn hier noch? Ach, die Scheiße. Warte mal, ich gebe dir einen Epi. Dann müssen wir sofort abholen, okay? Wir ziehen uns sofort ins Tal erstmal zurück. Dass wir irgendwo eine Deckung haben. Bei mir geht es auch nicht so gut. Achtung, du kriegst einen Epi. Und du kriegst einen Morphin. Du musst jetzt gleich wach sein. So, wir liegen immer noch unter. Jetzt ist sofort zurück. Jetzt ab ins Tal. Alles was geht. Schnellst möglich, Sprung. Ja, irgendwo erstmal hier, wo Deckung ist. Hier sind Steine, hier sind mehr Steine. Zurück zur Basis. Status vor Ort kommen. Ich muss mich mal ganz kurz selber verbinden. Ja, aktueller Status ist, dass die meisten Feinde von uns erstmal ausgestattet worden sind. Vereinzelte Feinde noch in Osten, höchstwahrscheinlich Hinterhang, versuchen dies aufzuklären. Du hast einen Tonicot auf jeden Fall mit dran. Vorsicht. Üben Sie jetzt Druck auf Zielgebiet aus, versuchen Sie den Feinde unterdrücken. Ich bin von mir Geppert, komm. Ja, so verstanden. Geppert ist auch in meiner Position. Könnte auch direkt mit denen agieren, dass einer unterdrückt und dass der andere vorrückt, komm. Ja, Adler, so verstanden. Koordinieren Sie das. Stück für Stück mit vor. Ist doch noch jemand, dass man uns irgendwo in Deckung bringen kann. Ich habe auch schönen Schmerzen. Und dann ist man noch müde. Kann man denn mit Schmerzen müde sein? Keine Ahnung. Ah, hier ist eine Leiche. Ja, den hatte ich vor uns geküllt. So nah war der mittlerweile. Warte, ich habe heute kurz an die Material. Das wäre nett. Okay, passt. Ich habe nochmal kurz ein bisschen Rauch mitgenommen. Weiß ja nie. Gut, weiter geht's. Okay. Okay, wo sind die anderen? Die anderen Leichen? Ja. Hier werden die gleich sein. So weit weg waren die noch? Geppert hier, was willkommen. Ich muss hier irgendwo beschiegen. Gehört? Ja, da ihr jetzt vorne seid, übernehmt ihr die, die Front kommen. Ja, wenn ihr die bei uns übernehmen, wir Front. Ich blut schon wieder. Leck mich doch. Ja, ich komme. Ja, warte. Ja, warte, ich mache schon. Wo denn jetzt auch? Bein. Abolson, scheiße. Da musst du mal mir helfen. Lebt. Ich mache Schmerzen und Müde. Da sieht man überhaupt nichts mehr. Da sieht man nur noch Kontoren. Korrekt. Da ist der andere. Den meinte ich. Waren es nur zwei? Nee, drei waren es hier. Da sind es noch. Die zwei habe ich bekämpft hier. Okay, warte mal schauen, ob der noch irgendwas an die Materialien hat. Ja, oder mache ich den nächsten? Das kennt gerade Umgebung. Das sieht eigentlich alles recht ruhig aus. Nee, Kontakt, Kontakt, Richtung 215, Entfernung, 4, 79, 1, 2, 3 Mann, Minimum. Ja, Adler, wir werden zusammen klauen. Immer noch ein bisschen 215. Ja, so verstanden wird, erst mal zusammen geklaut. Tschüss, wir enden. Adler, Herr Wolf, kommen. Ja, Adler, komm. Im Süden von Wespe geschätzt etwa 3, 4, vielleicht auch 500 Meter immer noch Infanterie-Kontakte. Zählen mindestens 3, komm. Ja, Adler, so verstanden. Südlich 500 Meter, 3 bis 4 Infanterie-Kontakte von Wespe. Frage, in der Nähe von Sulu-Alpha, komm. Ja. Positiv, noch etwas südlicher von Sulu-Alpha, komm. Können Sie mal auf Karte markieren. Ja, Adler, so verstanden. Noch südlicher von Sulu-Alpha, komm. Werden Sie auf Karte markieren, Wolf, Ende. Okay, was haben wir denn hier? Ah, 9, 6, 3, 7. Adler, Wolf, einen hatten wir noch auf Karte markiert, Wolf, Ende. Vespe, hier, Adler, komm. Hier, Vespe, komm. Hier, Adler, in dem Gebiet, wo sie weiter vorrücken, von Wolf markiert, mehrere feindliche Einheiten, komm. Adler, hier, Wiese, komm. Oh, du liegst hier. Ja, so verstanden, vom Wolf markiert, in einem Gebiet, wo wir einrufen, mehr und mehr und andere kommen. Ich dachte, wir rücken mal ein bisschen rechts auf. Adler, positiv. Adler, ne? Oh, Kalle ist da. Also, ich hab's nicht Kontakt auf die Einheiten verloren. Ach, ne, hab's wieder. Okay, Bluen, du bist kurz hier. Wie war's wohl, hä? Du bist hier. Halt mal Präzision, ich check nur mal hier unseren Nahbereich. Wiesel, dear Adler, komm. Äh, Meldung, äh, Wiesel von Arbeit eingetroffen, übernimmt, Truppführung, Wiesel des weiteren, Wiesel 1 mit Medivac in der Base eingetroffen, übernimmt und durchgeführt, komm. Ja, Adler, so verstanden, schnell die 40 Kilometer, Funke auf den Rücken, äh, und dann quatschen wir nochmal, komm. Ja, wir sind verstanden, wir sind gleich. Okay, komm wieder. Ja, da. Los, rechts. Tracer. Ja, der ist in den Bäumen da, bei Sulu Alpha. Okay. Da, ich sehe sie, ich sehe ihn. Geh, Schäuze? Wo? Äh, in den Bäumen, da fliegen gerade Tracer ran. 40 Millimeter. Die anderen drei mobilisieren sich auch. Oh, mein Herzschlag. Mein Herzschlag, mein Herzschlag. Ja, ich kümmere mich drum. Ich mach schon, ich mach schon. Äh, Morphin brauch ich, ne? Kommt drauf an, was du für einen Puls hast. Ja, ist langsam, mein Herzschlag auf jeden Fall. Dann würde ich mir keinen Morphin geben. Ach, scheiße, bin ich blöder. Adler, wir müssen kommen. Scheiße, ich bin los. Ja, Adler, kommen. Äh, EP wollte ich mir geben. Äh, von Arbeit jetzt, auf Server GSG eingetroffen. Okay, ich geb mir mal lieber noch einen. Äh, Truppführung von Wiesel. Äh, Wiesel 1 ist soeben mit Medivac eingetroffen. Verbunden, Verhandlung ist durchgeführt. Äh, ich prüfe mich mal kurz. Wiesel Standby für Nachtransport. Medivac-Kandidaten kommen. Ja, Adler, so verstanden, äh, lassen wir den Briefing geben von Wiesel 1 über aktuelle Lage und Anflüge. Äh, wenn das so weit geschehen ist, dann Anflug wieder über Cobb-Kassel in Thal auf, äh, ZLS live immer noch hier gemütlich noch. Blabla, Klima, Zulu, Bravo, komm. Ja, so verstanden, äh, Briefing wird von Wiesel 1 an Wiesel übergeben. Dann Anflug mit zwei Medivac-Kandidaten über Cobb-Kassel durchs Tal auf, äh, LZ blablabla, komm. Ja, Adler, so positiv. Also, ich bin bereit für die drei. Die haben sich gerade Nachtsicht aufgesetzt. Die haben sich gerade Nachtsicht aufgesetzt? Positiv. Ich bin darauf eingestellt, auf die drei Kontakte da hinten. Und ein Seitenwind, ne? Aktuell wird still. Negativ? Achtung hier, Westen. Nö, nur sechs. Ja, sechs Seitenwind von links. Ja, Meldung ganz kurz an Sie, äh, ein Kamerad der Bienen ist, KIA, komm. Aber trotzdem noch nicht Feuerwehrn, aktuell ist immer noch nicht aufgeklärt. Ja, klar, so verstanden. Ein Mann, KIA. Frage, weitere Verletzte, komm. Hier, Wespe, negativ. Keine weiteren Verletzte wie Rücken, weil sie vorkommen. Sollten die, äh, irgendwie das Feuer in Richtung Wespe rufen, dann nehmen Sie Sulu-Alpha, um ein... Wolf, hier, Adler, komm. Hier, Wolf, komm. Ja, Adler, frage, können Sie irgendwie im Bereich um... Sulu-Alpha, mögliche Landezonen aufklären, komm. Mögliche Landezonen, äh, ja, wie gesagt, wir haben hier immer noch mindestens drei Infanteristen, die in die Richtung schauen, komm. Ja, hier, Adler, wurde so weitergegeben an Gruppe Wespe, welche nun weiter vorgerückt, komm. Ja, die blockieren definitiv aktuell jede mögliche Landezone bei Sulu-Alpha, wo das glaube ich, komm. Ja, Adler, so verstanden, frage, können Sie diese rausnehmen, komm. Positiv, könnten wir machen, komm. Ja, Adler, ausführen, komm. Wird ausgeführt, komm. Hallo? Adler, Ende. Ja, ich bin gerade müde, warte. So ein dreimal ganz normaler, ja, so ein dreimal, dreimal... Sprengung durch Gebhardt, Adler. Sprengung durch Gebhardt, sind alles nur Akkalschützen. Ja, hier, wer es bekommt. Zu tief. Oh, nee, Treffer, okay. Nächsten, der eine Schauter von uns, der vorderste. Treffer, wieder. Bekommen auch, ebenfalls kein Ja, komm. Alle drei bekämpft. Okay. Gut, lass uns mal eine Landezone suchen. Ja, also verstanden, prüfen gerade eine Richtung und Landezone in dem Bereich, um die Verletzung zu sammeln, anstelle und weiter Lima-Sulu zu nehmen, komm. Ja, so verstanden, aktuell haben wir nur eine Leichtverletzung noch bei mir. Wir werden weiter agieren in Richtung Sulu-Alpha und werden dies dann einnehmen und versuchen dann später eine Landezone zu markieren, komm. Ja, Adler, so verstanden, Adleine. Adler, Wolf kommen. Adler, du bist dran. Black Hawk down, Black Hawk down. Schöner der Steine entlang, wir nicht ans Wrack. Ja, kann ja. mhm Hallo eigener Oh Gott bin ich wieder Oh unsere Scharfschützen kommen Ich seh grad nix, jetzt seh ich was Geh rein? Ja Hallo Adler hier, best willkommen Eigene, Eigene Auf der Karte ist Limasolo Charlie Landezone markiert, wird aktuell noch auf Minen überprüft, aber soweit erstmal alles feinfrei, kommen Adler so verstanden, melden sie werden Minenüberprüfung abgeschlossen, rückt sie weiter vor Richtung Süden, Markierungen 3-4 Inf, sichern wie die Compounds noch kommen Eigene Warte mal Eigene, Vorsicht, Rückraum Ja so verstanden, wenn die Sicherung abgeschlossen ist, weiter Richtung Süden marschieren bei Markierungen 3-4 Inf und die Compounds dann südlich Eigene, Rückraum, Vorsicht Hallo Hallo Ich lade Klar Hast du auf deiner Seite noch Kontakt? Warte mal, wollen wir ändern hier noch? So Auf gehts, bin immer Genau anders Warte, eben Visier abschrauben, damit gehen wir in den Korne rein Adler hier, best willkommen Wie ist das in den Auskopf, ne? Da Ja, Adler kommt Landezone ist minenfrei Helikopter kann ganz gemütlich landen Lexel, wird ihr alles ok? Stopp, bei mir ist schick Ein bisschen wenig Blut, aber sonst alles gut Hier fällt nochmal Oh, da ist einer down Gut, rechts rein Bieg ziehen zurück Aro, rechts rein Lexel, du findest Kontakt rechts Wie viel? Habt ihr einen Medic da? Geht ne, du bist Medic, du kümmerst dich um Kötter Ich bin kein Medic Ok, Clou Blendengranate breit machen Was für ne Granate hättest du denn? Blendengranate breit machen Gritter lebt ja Check Blenden Ja ja, ich lebe Ok, vorne alle weg Leck sind Mach's klar Ja, zieht euch da mal alle zurück Naja, lass mich doch Sehr realistisch, wie die Leute hier aushalten Ne, du hast gegen die Fasschen oder Maul geschaut Wenn ihr hoch geht, ist es nicht meine Schuld Geht doch einfach mal da vorne weg Darf ich gucken, oder nicht? Nein! Verklart wie ich Ja, schön Wie hier ne Flashband? Es hieß zurück Einmal gucken, einmal drücken Zurück ist das, wo man zurück Ich mach mal den Kopfkötter, ne? Ach, ist der immer noch offen? Klar, kommt der Lothar Scheiße aus Weißt du doch Können wir jetzt, Mann? Geht ihr einfach mal zurück? Vorher durch, durch den nächsten Durchgang nach links Aber geh mal ein bisschen nach rechts bitte Usual disconnected from eternal Warte mal, wie ist denn Linksseits? Ist es gesichert soweit? Äh, negativen Seite Alles gut? Ist das hier hinter der Kiste? Okay, kannst du wirken? Negativ, nicht mit MP7 Blue? Warte mal, lass mich auf die Seite Darf ich bisschen informieren, rechte Seite Lass mich auf die Seite Blue Lass mich auf die Seite Blue Tausch Hinter Holzkiste Die wieder offen Ja, check Holzkiste in sich Äh, nee, du musst direkt 90 Grad ums Eck gucken, um die Holzkiste zu sehen Da ist ein paar Holzkisten dahinter, PKP-Schütze Ja, durchkontakt Haben wir noch Zivilisten hier vor Ort, ja, ne? Nein, noch Ja, geradeaus durch Versuch mal durch Links ist der weggerannt Kannst du durch die Kiste kommen? Kannst du durch die Kiste kommen? Ne, glaub... Ja, wir können es mal versuchen Komm mal rein Ja, Schaden tut es nicht Gnade Bisschen in die Wand Ja, ich merke schon Okay, pass auf Eine Blendgranate links, eine rechts Du gehst rechts, ich geh dann gleich nach links Ja, willst du auch... Ja, okay, dann schmeiß ich meine Blendgranate nach rechts, ne? Hast du geladen? Wie gesagt, 90 Grad rechts, hier direkt ums Eck Ich hin, was hab ich auch noch Der liegt hier drauf Der andere liegt ja auch hinter der Kiste zur Not Naja, gut, ich blende trotzdem Ja, wir gehen erst nach rechts, denk ich mal Ja, aber ich blende trotzdem den da hinten mit Okay, bereit? Ja, okay Gut, ja, ich schmeiß rechts, du links, ne? Ja Warte mal Müdigkeit, das ist ein Deine müsst auch in 30 Sekunden einsetzen Warte mal kurz Ja, warte kurz Blue hat wieder Langeweile alles zu anonymieren Hört Hört Wie lange dauern die Abstände? Gut, bist du einsatzbereit? Äh, ungefähr... Wenn ich mir zu schätzen dürfte, so 200 Sekunden So alle 3 Minuten ungefähr Ja, bei mir setzt's grad ein Warte Okay, check Bei mir setzt's grad Ich schmeiß ein Blanker nach PKP hat grad nach oben gezeigt Mhm Okay, bin bereit Okay, dann 3, 2, 1 Blende es raus Blende es raus Blende es raus Okay, rein Okay, durch rum Was du? Kontakt ausgeschaltet Link down Vorsicht, direkt hinter den Kisten Gibt den immer noch? Hinten im Eck Achtung, Vorsicht, Blue Das ist clear, links immer noch hinter den Kisten, Vorsicht Hinter den Kisten, Vorsicht Hinter den Kisten ist einer down Wo noch? Das ist noch einer Ja Ich hab keine Blendgranate mehr Hat noch jemand einer? Ja, ist down, ist down Alles down Okay Guck rechts um die Kisten rum Ich geh rechts Wer schieß denn hier? Blue, bist du das? Wahrscheinlich noch Nee Wer ist da nah, Dann Guck in dich Mach spät, ich bin hinter euch Jo Ja, ein Mann noch Lade, lade, Vorsicht, ein Mann noch Hat nur mal angeschossen Jo, check Achtung, warte ich mach Blende es down Der ist down 3 Mann, alle down Ja komm, blute ich erstmal zurück, ID Ich hab keine Munition mehr, ich hab nur noch das eine Magazin an SD Ja warte, ich geb dir noch was Nein, warte, ich geb dir noch was Warte, warte, bleib mal stehen 3 volle Was hab ich denn noch, hier hab ich noch Weichkern Wo Igel ist? Ja, irgendwas Kann doch wieder rausgehen Ja Jungs, ich darf hier nicht den Raum nehmen Pass auf, ich hab dir jetzt einmal Weichkern gegeben, jetzt hab ich noch einmal SD mehr Mehr hab ich auch nicht Wie gesagt, Blankgranate hab ich noch Bin schon wieder müde Das müsste jetzt hier eigentlich alles gewissen sein Hat jemand den rückwärtigen Raum eigentlich? Achso, da stehen da noch welche Ja, stimmt Eigentlich, das tut sie auch unten sein Oder was hättest du da von den Agrarbeuten und dann weiter Was bin ich? Ne, wir haben doch noch Munition, alles gut Wenn du willst, kannst du auch wieder raushalten Warum liegt denn hier ein Schalldämpfer von der Bundeswehr rum? Naja, ich geh auch mal raus Rote X hier Muss ich mal einpacken? Aber was ist mit der ID? Ich arbeite dran Und ne Sonnenbrille, aber Bundeswehr liegt hier auch Aber wo bist du? Hinter den Kisten Ok, linker Gang ist noch in Kontakt Ich klau mir mal die Pistole von den Puzzis Da liegt ja genug Munition rum Die liegt auch nix Also wenn ich gar keine Muni mehr haben sollte Kann ich dann wenigstens MP7 mit dem Rucksack packen Und verdienen wir kein Material Ja Ist das hier Kontakt? Naja ID entschärft? Negativ Alter, wie viel hält denn der Affe da vorne? Auf die Zucken jetzt Lex, gib mir mal deine Waffe Äh, ich bin auch da, wenn du willst Wo ist denn die ID? Das ist ein Ziel für deine G82 Ja, war schon Ja, war schon Ja, ich sehs Kidney möchte aber gerade anschein Kidney möchte anschein eine Kugel in den Rücken kriegen Ne, hier ist hier nix Ah Ja, er hat draufgeschmissen, der Penner Ja, schieß einfach durch Ja, schieß einfach durch Ja, ist zu... zu... Rauch ich gerade hier vorne Ja, ich war gerade bewusstlos, hallo Kann doch mal ein Sunny nach mir schauen? Schön, dass das jemand mitbekommt Ah, ja, wir haben keinen Sunny hier drin Ja, ja, das ist super Warte mal Ist doch mein Brut wahrscheinlich Geht mal ein Sunny vorne rein, bitte Ja, da fehlt zu viel Blut von uns Ja, unten noch Infanterie Bohren Munition hier vorne Ja, dann passt mal eine Tausender Kochsatz-Lösung Schmerzen hier soweit keine Ne, Bluttod ist ein bisschen niedrig Ich hab Blut dabei, aber ich brauche einen Sunny, der es mir gibt Weil ich nicht als Sunny geprockt werde Ja, die sind alle draußen Big? Big? Ja? Du bist doch wenigstens als Sunny noch geprockt, oder? Ja Gib mir doch mal bitte das Blut, was ich hab Denn ich bin nicht als Sunny Bei Plu kann nicht Mordwirt, geh mal weiter rechts durch Gang gerade aussichern Brauchten die alle in eine Richtung gucken So, geht nach bekämpft Gerade durch und nicht durchs Schussfeld laufen Nach rechts Hier, da lang, da Genau, jetzt stehen bleiben 90 rechts drehen Rechts Genau, sichern So, Kontakt ist auch dann bekämpft worden Dann schlägt er das mal hier her Ne, mit dem Rucksack Oder nimm's halt aus, meinen Rucksack Hallo? Ja Du könntest mir das Phone nicht geben Und jetzt bin ich grad immer kurz bewusstlos geworden Dem Blut Könnt ihr packen wir mal G-36 in den Rucksack? Box, geh mal ein Stück Wo ist das drinne? Der Sunny ist übrigens auch hier Ja Da, da steckt, wo es durchläuft Doch jetzt Sechs, hast du gewischt? Nein Wir werden jetzt wahrscheinlich volle Magazine haben, ne? Ist mir egal, ob soll hier was zum Schießen Warte, ich pack mal eben oben Ich hab drei angebrochen Ähm Klingt hier so weit Wieso denn? Was denn? Ich krieg schon Blut, alles gut Ja Wieso? Ich bin grad am umpacken Ich geb jetzt vor Ort noch welche Kannst wohl schon Verstanden Ähm Ich könnte ja noch welche geben Ja Cool, tu mir die Du hast den ausgeschaltet und den ein? Ja, positiv ist bekämpft worden am Gang War PKP-Schützer Blu hast du die ernsthaft mit dem Kaliber 50 Sniper hier drin bekämpft? Nein, das würde ich mir niemals tun könnte Nexel, Blu könnte weiter vorgehen da in den Gang Ja, wo sind denn jetzt IEDs noch? Hier wurde grad wieder eine gemeldet Ach, wo ist grad da hinten also da hinten? Rechtseitig von euch Ist die hier vorne entschärft, die hier vor uns gepiept hat? Die hier ist entschärft vorne Gut, dann brauch ich ja auf jeden Fall einen IOD mit vorne an der Ecke Der mir Bescheid gibt, sobald da irgendwas piept Warte ich Ja Oh, IOD ist noch auf dem Weg Pfff Muss mal kurz für kleine Mädchen gleich wieder Ja, viel mehr hab ich auch nicht Danke Kurz auf, klar Wo ist der Scheiß? Wer hat sie gefangen da? Warte, ich bin grad müde Ja Ich bin gerade müde Zwotei, die entschärft So, Herzer, 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 los ARA mit wo? Direkt hinter uns Direkt hinter uns Direkt hinter uns einfach Dann wartet bitte noch auf mich Hier ist clear Na, positiv Warte Schaust du rechts? Ups Wir haben uns ausgeschalten Okay ARA, los, 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 los Ich kann nicht schneller gehen Ich kann schneller gehen Pick deinen Tragner Was, gib mal Sicherheitsschuss ab Was auf den hier? Ja, mach mal Die Arme Lass mit einem Bus Glaub hier ist nichts mehr, oder? Ausgang Stop, 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 stop Lass aber vorgehen Ja Hi Ah klar, hier geht Ja Zwei Siehst du Ja, Blu Zurück Haben zwei Geisel gefunden Kom Ja, klar Traum auf die Warnk奇怪 Kom Ja Ja Lag hier in einem Eingang von einer Höhle in so einer Ausbuchtung kommen. Ja, klar, so verstanden. Ja, ja. Hey, wir haben ein von zwei, das sind 50%. Lass das Ding da liegen. Vorsicht, eigene hier. Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns mal durchs Feld schleichen? Hallo, Wespe. Hallo. Ist hier auf Minen geprüft? Hallo, Wolf. Ja, ist geprüft. Sehr schön. Ich grüße Sie. Ja, fliegt zur Info, Wolf gerade eingelaufen. Eingelaufen. Kommt, Lu, mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Tee finden oder sowas. Jetzt so. Spänke. Spänke, ich sehe nichts. Was liegt denn hier? Ich bin ein Helm. Willkommen. Was für ein Helm? Liegt ein Helm. Warum liegt denn hier ein Helm? Keine Ahnung. Gefechtszeit M290. Du hast ja eine schöne Waffe, Blue. Ja, tschüss. Ja. Das ist wieder da. Wo ist er? Wo ist er? Ey, was ist denn du für Vizier? Laut leider. Damit kann ich, äh, damit kann ich, äh, damit kann ich Radar von, äh, von Flugzeugen kann ich damit entfangen, wenn ich so sehe, dass ein Helikopter da kommt und dann so, ah, holla. Gut, und dann peilt er das automatisch an und dann, äh, 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 ich klappe dich nochmal hier hinten bei. Er ist doch. Oh, what the fuck. Wow, Explosion Richtung Nord. Ja, los, wir rauf im Gepard. Wieso, erst hat mein G-290 rausgeschlagen. Und noch einer. Ja, ne, die werden gesprengt. Ach so. Na, warum sagen die das nicht an? Ja, Gepard. Oberst. Ja? Ich hab die Waffe auf Lexl gerichtet, weil ich, ähm, mich verdrückt hab, auf einmal hab ich schon die linken Maas. Ah, dafür, wie sie kommen. Äh, Dings gemacht haben. Ein Mike, bis jetzt seit. Bis dann. Vespia, adla.com. Ja, Vespia, kommen. Ja, Adler, Wiesel holt sie in ein Mike aus dem LZ-Abkommen. So verstanden, Wiesel holt uns in ein Mike aus dem LZ-Abkommen. Na klar, selbstständig aus. Und Wiesel holt den Basisverlegen. Wiesel, wiesel, wiesel. Äh, weißt du was, kommt. Komm. Ja, so verstanden. Bis dann. Wolf, ja, Adler, komm. Ja, Wolf, komm. Ja, Adler, wenn ihr möchtet, könnt ihr gleich mitfliegen, komm. Oh, oh. Fliegen gleich mitfliegen, komm. Ey, was soll denn das? Ja, Adler, so verstanden. Adler, ne? Das ist doch meine. Ich hab gesagt, dass wir nur zwei fliegen. Wann ist vorstern, dass wir hier gerade lagen? Wacht, aber auch wo, woher ist es nicht an der Zeit? Würde ich jetzt auch sagen. Alles okay bei euch da oben? Ja. Ihr könnt ja mal lagen. Seid ihr verwundet? Braucht ihr einen Sunny? Nein. Vielleicht lexen, oder? Nein. Hast du eine Infusion, dass du bekommen mittlerweile? Ja. Wir fliegen gleich mit, Blue. Okay. Wobei, warte mal. Wir können auch hierbleiben. Hat nur gesagt, wenn wir wollen. Wollen wir? Ne, komm. Ne, lieber nicht. Wir bleiben lieber hier. Ja. Ja, aber ist er, ist er gesoffen, oder was? Ja. Ja, ist er, ist er, ist er gesoffen, oder was? Ja. Ja, ist er, ist er gesoffen, oder was? Ja. Ich würde es ja noch verstehen, wenn ich sage, wenn wir winnen, dann Adler gehen, Wolf. Adler, hier Wolf. Ähm, wir bleiben aktuell doch hier, wir warten noch auf Sie, Wolf Ende. Ja, hier war der. Ja, hier war der. Ja, Adler, Frage. Beschäftigungstherapie für IOD, komm. Ja, er hat zu oft Rambo gesehen und denkt, jetzt in diesem Reichsfeld können etwa Minen liegen, durch die man dann Zivilisten mit verbundenen Augen durchjagt, komm. Ja, Adlan, nur mal kurz zur Info für das logische Denkvermögen. Erstens, Elikopter ist dort schon gelandet, zweitens, Landenzone ist schon durch EUD von Westen gesichert. Wieso beschlossen? Wieso beschlossen? Also verstanden, NÜV. Ja, vor Ort. Beschäftigungstherapie wird dennoch angehalten, komm. Klingt nach was Großen. 50 oder sowas. Ich muss erst mal neu deuten lernen, weil ich hab ja dieses neue JSA ist erst mal drin. Ja, wie sie hat eben Beschuss durch ein MG reinbekommen, Situation ist geklärt. Schuss kam aus Höheneingang, Höheneingang auf Karte markiert, komm. Wieso, wer da raussteht? Ja, Wieso. Höheneingang? Höheneingang? Tja. User disconnected from your channel. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. War schön mit dir. Ja, klar. Aufsicht. Kleine. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Vielen Dank.